Norddeutscher Rundfunk 2021 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 im sommer und in der zweiten liga sich neu zu formieren die große ära verein von uwe seeler von charlie dörfel und harry bähre den bergmann die kalt cargos gehen sie alle haben felix maga torst rubesch die ganz großen namen waren hier haben die gespielt große erfolge angesammelt das sind die gewonnen haben und trotzdem verloren